»Vielleicht kommt der Tag, an dem du die Bedeutung dieser Gegenstände erklären kannst«, sagte Severus und nickte zu Harrys Rucksack, den dieser aus der Ecke geholt hatte. Harry blinzelte ihn überrascht an und wunderte sich, dass er das gesagt hatte, nachdem Harry gewarnt hatte, es geheim zu halten. »Wenn du nicht weiter mit dem dunklen Lord gemeinsame Sache machst, dann werde ich es dir sicherlich verraten«, konterte Harry sarkastisch. »Ich mache keine gemeinsamen Sachen mit dem dunklen Lord«, warf Draco unschuldig ein, »mir kannst du es verraten.« Harry ging hinüber und zog zur Antwort Dracos Ärmel hoch, um sein dunkles Mahl freizulegen. Draco schnarrte ihn an. »Gemeiner Depp!« Harry schüttelte seinen Kopf in ehrlicher Verzweiflung. Remus zog seinen eigenen Ärmel hoch und lächelte. »Ich habe kein Mahl.« Harry biss sich nachdenklich auf die Lippe. »Ha, aber du machst gemeinsame Sache mit dem da«, sagte er und zeigte mit dem Daumen in Severus' Richtung. Er tänzelte lachend von Küchentisch weg, bevor ihn jemand über seinen Kopf einen Klaps schlagen konnte. Er fühlte sich besser seit einer ganzen Weile, was ein wenig merkwürdig war in Anbetracht der Umstände, aber er fand, dass es in Ordnung war. »Jeder braucht ein wenig Optimismus und Hoffnung. Und wenn er es ihnen geben kann, bis die spitzigen Slytherins es wieder verdarben.« Er grinste bei seinen Gedanken. »Sie könnten ihren Pessimismus behalten. Er hatte es satt.« »Kann ich es wagen, zu fragen, was in deinem Kopf vor sich geht?«, fragte Draco skeptisch und umschlang mit seinen Armen Harrys Talie. Harry grinste breit. »Äh, nein, ich könnte es dir sagen, aber ich glaube nicht, dass du es wirklich wissen willst.« Dracos Augen wurden verdächtig schmal, aber er wechselte das Thema. »Ich will heute immer noch mit dir gehen.« Harry verdrehte die Augen. »Draco, das geht nicht.« Draco knabberte an Harrys Unterlippe. »Wegen deinem Geheimnis bist du echt eine Nervensäge,« sagte er verärgert. Harry runzelte nachdenklich seine Stirn, zog Draco näher an sich und blickte zurück zum Tisch. »Um ehrlich zu sein, bin ich überrascht, dass keiner von euch es herausgefunden hat, was ich da mache. Ich wäre ernsthaft besorgt, wenn Draco es herausgefunden hätte, aber nicht einmal Severus oder Remus oder Lucius.« Er schüttelte seinen Kopf vor Verwirrung. »Ich bin froh, dass es keiner herausgefunden hat.« »Och Mann!« »Ich bin froh, dass es keiner herausgefunden hat. Aber das bringt mich zur Frage, ob ich dieses Geheimnis für immer wahren sollte.« War es nicht das, was Severus von ihm verlangte? Hatte er seine Meinung geändert? »Ich habe etwas von Voldemort, etwas abgesehen von diesen Dingen, und ich frage mich, ob ich es auch zerstören sollte.« »Darf ich fragen, was es ist?«, fragte Remus, und seine Stirn war vor Sorge umwölkt. »Wissen«, sagte Harry schlicht. »Was für eine Art von Wissen?«, fragte Lucius scharf. Unbewusst zog Harry Draco noch enger und umarmte ihn fest. »Wissen war das Böse schlechthin. Die Art von Wissen, welches Voldemort praktisch unsterblich macht.« »Aber er ist nicht unsterblich, oder?«, fragte Draco mit großen Augen. Harry bemerkte, wie fest er Draco hielt, und zog sich ein wenig zurück. »Wenn ich soweit bin, ihn zu töten, dann nicht mehr«, antwortete er mit grimmiger Genugtuung. »Abgesehen vom Stein der Weisen, welches Dumbledore zerstört hat, nachdem du ihn gerettet hast, weiß ich von nichts anderem«, sagte Remus langsam, und seine Stirnrunzeln vertieften sich. »Ich weiß auch nicht, woher Voldemort das alles gelernt hat. Naja, einen Teil weiß ich schon, von wem er das hatte, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der jetzt überhaupt noch lebt«, sagte Harry. Er legte seinen Kopf auf die Seite, als er überlegte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass Lackhorn noch lebte, und bemerkte nicht die hochgezogenen braunen und ausgetauschten Blicke. Er ist wahrscheinlich jetzt schon tot, und ich weiß, er hätte diese Informationen mit ins Grab genommen. Der einzige Grund, warum ich es aus ihm herauskitzeln konnte, war Dumbledore. Er zuckte seine Schultern abwertend. Wie auch immer, woher Voldemort es auch gelernt haben mag, ich glaube nicht, dass es aus einem anderen Buch stammt. Eigentlich hätte er sein eigenes Buch über dieses Thema geschrieben. »Und du bist im Besitz dieses Buches«, stellte Severus klar. Harry grinste ihn schief an. »Ja, ziemlich anständig, von Voldemort mir eine Gebrauchsanleitung zu schreiben, meint ihr nicht?«, fragte er frech. »Deswegen wusstest du, welchen Fluch du im Brunnen anwenden musstest«, fiel Remus ein. Harry nickte. »Also, ich wusste es nicht, aber Hermine schon. Ich habe eine Ansammlung von Flüchen für sie übersetzt, damit sie sie erforschen kann, und sie hat dann den richtigen, der gebraucht wurde, ausgesucht.« »Übersetzt?«, fragte Severus mit hochgezogener Braue. »Ähm, ja«, gestand Harry nervös. »Warum erzähle ich euch das alles?«, fragte er abrupt. »Weil wir deinen Widerstand gebrochen haben«, antwortete Draco lässig. »Übersetzt, Harry«, warf Severus ein und holte Harry zum Thema zurück. Harry atmete schwer aus. »Waldemords persönliche Anmerkungen sind in Pasel. An dem Tag, wo du mir diesen Energietrank gegeben hast, damit ich wach bleiben kann, habe ich den Vormittag damit verbracht, herauszufinden, was geschehen war, als Voldemort mich töten wollte.« »Bei welcher Gelegenheit?«, murmelte Draco. »Als ich ein Baby war.« »Wie auch immer, nachdem wir erst einmal alles sortiert hatten, übersetzte ich die Teile von Pasel ins Englische, und Hermine schrieb alles auf.« »Deswegen warst du so verzweifelt, um zu Granger zu kommen«, sagte Draco. Harry zog eine Grimasse. »Du wolltest sie nicht deswegen so verzweifelt sehen?«, fragte Draco überrascht. »Ähm, nein«, gestand Harry verlegen. »Ich hatte mir eine ziemlich dumme Sache in den Kopf gesetzt gehabt und gedacht, dass Hermine mir dabei helfen könnte, herauszufinden, ob es stimmt oder nicht.« »Eigentlich war die Idee nicht so weit hergeholt, erschreckend genug, aber ich konnte mir die Frage selbst beantworten, nachdem ich Voldemords Buch gelesen hatte.« »Weißt du, Harry, ich hasse es wirklich, wenn alles keinen Sinn macht«, sagte Draco im Plauderton. Harry ließ seinen Kopf auf Dracos Schulter fallen und drehte seinen Kopf so, dass er Severus ansehen konnte. Severus schüttelte für eine Minute lang seinen Kopf, als Warnung für Harry, nicht alles preiszugeben. Er war froh, dass Severus anscheinend seine Meinung nicht geändert hatte. Aber warum führte Severus diese Diskussion weiter? Warum ließ er dieses Thema zu? Sie alle tappten um das Thema herum, aber solange Harry nicht zugab, dass sie über Huckruxe redeten, wäre er ziemlich sicher geschützt mit dem, was er preisgab. Sie wussten nicht, was sie waren, ganz zu schweigen, dass sie wüssten, wie man sie erschuf, und das war gut so. Von allen Geheimnissen, die er hatte, von all dem Wissen, welches er geheim hielt, war das der Huckruxe das Wichtigste. Ihr aller Leben hing von diesem Geheimnis ab. Harry, wie wichtig ist es wirklich, dieses Wissen, das du hast, vor schwarzen Zauberern geheim zu halten? fragte Lucius. Harry zuckte zusammen. Eine verdammt gute Frage. Draco riss sich von ihm los und starrte ihn schockiert an. Erzählst du es uns deswegen nicht? Draco, ich bin enttäuscht, dass du so lange gebraucht hast, das herauszufinden, sagte Lucius gedehnt. Draco war zornig. Scheiße, du vertraust uns nicht, brüllte er. Jetzt verstand Harry, was Severus beabsichtigt hatte. Severus war besorgt wegen der Tatsache, dass Draco ihn immer wieder drängte, das Thema der Huckruxe preiszugeben, und mit dieser Diskussion brachte Severus es ans Tageslicht. Es wäre nett gewesen, wenn Severus ihn gewarnt hätte und ihm einen Plan angeboten hätte, wie er handeln sollte. Plötzlich wusste Harry, wie er die Botschaft an Draco bringen konnte. Obwohl, wenn es nicht funktionierte, wäre er in ernsthaften Schwierigkeiten. Hast du vor, mich weiterhin anzuschreien, dass ich dir nicht trauen würde, oder würdest du lieber die Wahrheit hören wollen, dass ich einfach nur Dumbledores Anweisung befolge, so gut ich kann? fragte Harry spöttisch. Du kannst mich mal, Potter. Du hast mich den ganzen Sommer über in dem Glauben gelassen. Ich dachte, dass du mir wirklich vertrauen würdest. Harry hob eine Braue, was Draco nur noch rasender machte, und er Harry mit so schlitzen, verengten Augen anfunkelte. Versuch mir gegenüber bloß nicht den Unschuldigen zu spielen. Harry gluckste düster. Unschuldig? Ich bin weit weg von unschuldig sein, Draco, und das weißt du. Er machte drohend einen Schritt vorwärts und riss sich den Rucksack von der Schulter. Er griff hinein, holte das Lysön-Medaillon heraus und warf die Tasche zur Seite, wandte aber seine Augen nicht von Dracos stürmischen Augen ab. Du willst wissen, welches Geheimnis ich vor dir verberge? fragte er gefährlich und ging einen Schritt weiter auf ihn zu, während er das Medaillon von Dracos Gesicht schwingen ließ. Du willst wissen, was das hier ist? Draco sagte nichts, fing aber an, etwas unsicher zu werden. Das, das hier ist das pure Böse, und ich habe das Wissen hinter dieser Kreation. Zuerst werde ich Voldemort loswerden, und dann bin ich der nächste dunkle Lord. Dracos Augen weiteten sich, und er trat einen Schritt zurück. Harry ging einen Schritt vorwärts. Willst du die Welt mit mir beherrschen, Draco? Wir könnten es, ich habe bereits getötet. Harry, sagte Remus entsetzt. Lass sie, sagte Severus warnend. Harry drehte sich nicht um, sah aber, wie Dracos Augen zum Tisch blickten und dann schnell wieder zurück zu Harry, während er einen weiteren Schritt zurückwich. Ich habe Macht, Draco, flüsterte Harry, und seine Stimme war ein verführerisches Gurren. Du stehst auf Macht. Schwarze Zauberer verfallen doch der Aussicht nach mehr Macht. War das nicht der Grund, warum du so lange schon ein Todesser werden wolltest? Weil du dachtest, es bedeutet Macht? Du wolltest es so sehr, dass du es schon schmecken konntest. Harry, lass es, sagte Draco schwach. Warum, Draco? Warum sollte ich aufhören? Ich habe das Wissen, das uns Größe bringen kann. Wir sind jung, stell dir nur mal vor, was wir alles tun könnten. Er schwang das Medaillon träge. Ich habe alles von Voldemort gelernt und du bist ziemlich intelligent. Ich bin mir sicher, dass wir von seinen Fehlern lernen könnten. Vielleicht hast du recht und ich bin zu geheimniskrämerisch mit diesem Wissen. Ich sollte es wenigstens mit dir teilen. Unerwartet trat er näher an Draco und legte ihm das Medaillon um den Hals. Dracos Gesichtsausdruck veränderte sich in Entsetzen und er wollte das Ding abnehmen, doch Harry hielt seine Handgelenke fest und drückte ihn gegen die Wand, die sie erreicht hatten. Das hätte er niemals mit Draco machen können, wenn dieser klar nachdenken würde. Doch Harrys unerwartetes Verhalten hatte ihn aus dem Gleichgewicht gebracht und Harry nutzte das aus. Harry, hör auf! Nimm es mir ab! Er hatte offensichtlich nicht erkannt, dass es so, wie es war, eigentlich harmlos sein sollte, doch Harry wollte ihm diese Tatsache nicht mitteilen. Er belies es dabei, dass Dracos Fantasie in diesem Wild rumoren konnte. Ich dachte aber, dass du mein böses Geheimnis mit mir teilen wolltest. Du hast mich beschuldigt, dass ich dir nicht vertrauen würde. Du bist wütend, weil ich das Geheimnis um das Medaillon um deinen Hals nicht mit dir teilen will. Er lehnte sich näher an ihn. Sag mir, Draco, wie sehr willst du wirklich darüber Bescheid wissen? fragte er gefährlich. Ich will es nicht! Bitte, nimm es mir ab, Harry! bettelte Draco. Harry ließ ihn genauso abrupt los, wie er ihn festgehalten hatte, und riss das Medaillon von Dracos Hals. Draco lehnte sich ermattet gegen die Wand und sah aus, als ob er jede Sekunde heruntergleiten würde. Ich bin mir äußerst bewusst, welche Verlockung das Wissen, das ich habe, auf einen schwarzen Zauberer ausübt, sagte Harry und schwang das Medaillon träger an seinem Finger. Draco richtete sich auf, wurde aber wieder lebendig und knurrte Harry ins Gesicht. Du Mistkerl, Potter! Du bist kein verfluchter, schwarzer Zauberer! Du würdest nie etwas derartiges tun! Harry stieß das Medaillon in Dracos Gesicht. Siehst du das, Draco? Aus irgendeinem blöden Grund will ich es dir wirklich nicht verraten, weil du diese dunkle Seite in dir hast, die von der Verlockung der Macht angezogen wird. Ich traue dir, aber das heißt nicht, dass ich dich absichtlich einer Verlockung dieser Art aussetzen werde, bis du darauf hereinfällst. Er griff mit der anderen Hand in sein Hemd und zog die Kette mit Dracos und Victorious Ring heraus. Siehst du das hier? Das ist es, was ich gewählt habe. Das ist wichtig für mich. Hier liegt meine Macht. Sie standen minutenlang gegenseitig funkelnd da. Schließlich rümpfte Draco beleidigt die Nase. Wozu brauche ich die Geheimnisse eines dunklen Lords, wenn ich dich habe? Du bist gefährlich mit der dunklen Seite in dir, die niemals böse werden wird, und du hast weitaus mehr Macht über die Zaubererwelt, als der dunkle Lord je hatte, und das mit 17. Harry verschluckte sich an seinem überraschten Lachen. Draco funkelte ihn plötzlich wieder an. Aber rede nie wieder davon, ein dunkler Lord zu werden, warnte er ihn. Harry zuckte nur seine Schultern. Ich musste meinen Standpunkt klarstellen. Scheiße, Harry, du hast mich zu Tode erschrocken. Gut, sagte Harry einfach. Draco war auf ihn beleidigt und verschränkte seine Arme vor der Brust. Deine Art, mit meinem Sohn umzugehen, ist sehr eigen, Harry, sagte Lucius und zog ihre Aufmerksamkeit zu sich. Aber effektiv, sagte Sararis befriedigt. Remus' Kopf lag auf seinen Händen und Narcissa war äußerst blass. Remus? fragte Narcissa. Remus hob seinen Kopf, um sie fragend anzusehen. Dein Sohn ist ziemlich gefährlich, sagte sie ruhig. Remus' Lippen zuckte an den Rändern. Das ist der Einfluss von Severus. Ah, gut. Ich bin froh, dass ihr beiden euch für ihn verantwortlich fühlt. Deine Narcissa und ich schon genug mit Draco zu tun haben, sagte Lucius gedehnt. Harry und Draco tauschten Blicke aus und grinsten. Ich glaube, sie haben noch nicht bemerkt, dass sie alle vier mit uns beiden zusammenstecken, sagte Draco. Severus hielt sich seine Nasenwurzel. Harry, mein unverschämtes Kind, hast du nicht Dinge, die du tun musst? betonte er. Harrys Grinsen wurde breiter. Ja, Sir. Er lehnte sich nahe an Draco und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Wo liegt das auf der Skala des Bizarren? Draco nickte beeindruckt. Ich schätze, ziemlich weit oben. Geh, befall Severus, und bitte vergiss nicht, dass du in einem Krieg bist und das Leben von Menschen auf dem Spiel steht, während sie auf dich warten. Ich bin mir bewusst, was auf dem Spiel steht. Ich bin mir auch bewusst, dass es kaum acht Uhr morgens ist, nachdem du Narzissa angewiesen hast, uns so früh aus dem Bett zu werfen. Harry wurde von einem der Todesblicke getroffen und entschied, dass es vielleicht klüger wäre, sehr schnell zu verschwinden. In Ordnung, ich gehe ja.